ich bin jetzt aber hier noch ein bisschen schade ist nix so kleine easter eggs kleinigkeiten versteckt nein 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 was ich merke schon ich kann mir nirgendwo alleine rumlaufen lassen ich konnte einfach alles hier gibt es wahrscheinlich aber gar nichts hinter den kulissen ja ich gehe schon weiter der pcs auf mit der zeit oder griff jahren und ist nix dass ich für 18 mit ziel und blöcke auch zeit cool gemacht ich habe es gar nicht gesehen kiste ich bin ausgerüstet wir sagen wir zu teils falsche geht jetzt bin ich nicht mehr kukiri forest das ist alles lied er geht es aber trotzdem der die melodie zum verlorenen wald sehr difficult to easy gotts ist jetzt wieder du easy easy cheesy verdammt ja so gut ich komme das einmal was ist hier bosky okay da muss ich rein schießen ist ausschaut es aber hier okay was hat mir jetzt ist geöffnet was ist jetzt sehr aufgegangen es kann nicht sein dass es so so random unnützer raum hier ist aber nix pistons hat es geöffnet irgendwo in diese richtung habe ich sicher nix so die jahres das sind ding jetzt wieder zugegangen ach nee das ist weil er hier verschwunden ist deswegen ist dass sie wieder zugegangen aber wo hat sich jetzt was geöffnet ich würde wahrscheinlich nicht raus müssen okay das ist komische dritte ich habe ja bloß einem anderen youtuber gesehen habe dafür freue ich mich jetzt jetzt großartig spoiler spiel ich es selbst mal aber hey wohin muss ich denn jetzt bitte bin ich jetzt blind you shall not pass aber hier ist ja nichts passieren das geräusch kommt von da das kommt von da aber was aktiviert ist warum kann ich warum ich hätte gesagt das macht diese tür auf aber irgendwie tut es ist nicht so wie man sich weiß auch nicht mit hast du dich vielleicht was nein 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 oder ach hier wurden bloß die skelette freigelassen ich weiß nicht für welche version ist eigentlich ausgelegt weil ich habe das bespielen jetzt gerade mit 17 vielleicht ist ja auch für eine frühere version ausgelegt und kaputt gemacht dadurch dass sie eine version gespielt das weiß ich eben gerade nicht weil ich stand auch nicht dran welche vision so ich habe doch noch ein bisschen doch noch nicht aufgegeben noch ein bisschen herum geschaut und das problem war hier wird schon schon was getan das gemeine ist dass der hebel so sein muss damit tür offen ist das problem ist als erst mal hier waren beide hebler schon so bloß die tür war noch auf so einem grund gar nicht offen dass das war voll gemein gemacht nun gut aber jetzt weiß ich wie es weitergeht dann kann man ja mal schauen hier ist jetzt noch ein weiterer hebel das voll schweb wie wie kommt er soll das jetzt bitte ah ok pfeile diamantschwert und hebel diamond sword tauschen wir das aus ein bisschen besser naja ein schaden so und jetzt über das place level hier machen wir das doch mal ja ich hätte eigentlich damit rechnen müssen dass hier sowas wieder kommt und tschüss da sehe ich es doch schon wieder das finde ich gar nicht lustig da ist er nein das war der boss gegner ich mach mal hier wieder das ding aus ah ein bisschen kohle und press button update zurück zum soldier captain dann machen wir das doch mal ich spiel mal kurz auf meine ocarina ach nein geht ja nicht nur bei regen soll ich es auch machen nicht bei nacht verdammt das ist wieder nacht ja ist recht ich muss zum captain ich habe was zu vermelden ich habe doch hier gerade ah da weather cap protection aqua affinity oh aqua affinity respiration ich tausche mal ich tausche aber warum ist da das ja eigentlich noch schon ein bisschen das gefühl dass wir hier noch was oder was sollte was sein nachher noch die tür zu bin ja nicht so so jetzt zum hüliasee hüliasee euch wieder auf peace vorstellen hüliasee putzig ich erkunde natürlich erst mal wieder alles in die ecken schauen kann ja nicht wissen was es noch so gibt das netzgebot ruckelt das hier so was kommt denn da das ist hier so ruckelt ich würde sagen das wurde hier wurde mit welt gemacht hoch was ist denn jetzt kaputt eisenärz und kohle boah was ist denn krass you shall not ja ich weiß schon egal ich gehe jetzt mal da rein was ist denn jetzt kaputt ja hallo was zur hölle also ich habe ich 100 fps aber gerade ist es auf unter 10 runtergefallen was ist die kaputt was gibt es hier ist auch gerade sehr passend die hintergrundmelodie müsste glaube ich der wassertempel die vom wassertempel sein was natürlich sehr passend ist ich sollte vielleicht jedoch auf wie sie stellen press place bosky hier hier kann ich ein kebel setzen das ist ein größerer dungeon hoch was ist denn hier kaputt das ist ja schrecklich was wird denn hier gemacht da sind zwei türen bin ich gerade erschrocken hieber leben ich habe hier doch gerade wo das ist also ist das glas 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 ist dunkel scheiße hallo hetzer hä schiebe rätsel und was ist denn ich kann ich kann ich kann ich nicht so so wieder aus ein knöpfe sinnvoller ich muss jetzt irgendwo hinschieben dort sagt 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 se irgendwann fällt es runter na hainer hebel aber und ich hab's doch hier irgendwo es ist erst mal wo das ist der hier ist aber gemein okay wenn sowas ist ich glaube dann kann ich ihn abbauen weil es haben ja vorhin schon im ersten dungeon gesehen okay da geht es runter ich erst mal die potato ich hab doch habe ich nicht respiration drauf hat auch respiration 3 das interessiert mich nicht ich habe es gerade noch gesehen ist der metzger da hat sie eine kantate des lichts müsste sein nachgott die ganze selder melodie in ocarina of time eins meiner absoluten lieblingsspiele posky da die hexen ist auf die habe ich giftet die sau aber aber was ist das das loch spielfehler das bräuchte das werde ich nicht brauchen die stick ist ja nicht brauchen dass ich auch nicht brauchen wir uns mal kurz und was complete game complete ach das war's schon ach ach so das war schon wieder so ist aber ganz so kurz der tempel läuft aus gs information you have completed game euro in the temple of time now you can press buttons to change your game mode and other things thanks for playing du hast anke für swang ich bin creative wenn ich noch mal bin ich immer noch kreative kreative info upgraded by boys and waffles waffles you can find me on plant minecraft okay der fortbeck to hyrule field noch nicht machen wir erstmal noch den tempel anschauen auch schon gemacht mit den drei plätzen eigentlich für die wie heißen sie denn die drei steine jetzt muss ich jetzt hier der zeit einspielen aber das ist gerade club mit zelda ergän oder so ach das soll das schwert darstellen jetzt da okay und wir fliegen mal ein bisschen rum ich muss mal die karte ja ach so schade ja hier fehlt ein ganzer chunk gleich hier fehlt einfach absolut alles okay aber da drüben ist es kommen wir fliegen denn wir reisen da nicht hin das schaden da fehlt irgendwie die ganz das buch schauen wir uns mal kurz die karte so an das kennen wir macht das ist eine tempel geht hinter den kulissen heute schade dass ich nur so kurz war was ist das also das shop system der erste tempel ja ja okay 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 ach so hängt das da ist der zeit acht habe ich glaube ich mal gesehen von dort aus genau hier kamen wir hier das ist der letzte die hülle hülle sehen na ja sie ist hier relativ ach so da ging es dann hier rein und das war ja interessant interessant warum läuft das ding eigentlich aus wo ist da die wasserquelle also ich noch so kurz gegen muss man vielleicht mal längeres aussuchen was wir hatten einfach den gesetzt und wahrscheinlich wollte derjenige mal mehr daraus machen hat es aber dann nichts getan schade schade gut ja das war kleine du ein schade schade fliegen wir noch zu kiri zurück zum 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 haus kiri wald halt da lang ein sparen da lang ja wenden dort war eigentlich ganz nett gemacht ach dass das stadthäuschen glaube ich ja es ist gut trautes heimblick allein und wissen uns beim nächsten mal tschüss 56 38 140 gustaría 150 90 stamina 41 88